Hier kann man leuchten und hier ist ein Turbo und hier ist ein Lenkrad. Hier kann alles drauf gehen und hier kann man leuchten, damit die Menschen gucken kann. Und hier kann man ein Loch machen, hier oben. Das ist nur geklebt und der kann alles drauf in den Autos und dann kann der alle Autos kaputt machen. Dankeschön. Und was ist das? Und das ist, aber weiß ich noch nicht, was das heißt. Und das ist die Kanone. Mama, ich will sie nicht mehr machen. Mhm.